so ich dachte es ist das ganze spieler schon aus ja ich hab sex war er auch zu einem neuen parts oder weiß nicht auf jeden fall minecraft einfach mario party spielen wir ganz normal wir müssen würfeln haben eine drei was soll's wir spielen auf dem schönen server den kennt er sicher mit mario party so ich hab das immer dann so ungefähr da hier sammer und jetzt geht ein wettrennen ach das war das ja dann probieren wir mal wo muss ich kenne die strecke nicht oh mein gott neue strecke ball festung scheiße ich kenne ich jetzt echt nicht noch geht los ok lauter so flammen rumlaufen klassisch weiter da kann man nicht diesen flamme effekt wir ab machen also das nerven mal krass ich man sieht halt einfach nichts vielleicht so hat er man zieht auch so nichts alter was los ich war doch gar nicht im feuer kandel voll voll alter was denn also niemand mache ich nicht vielleicht die andere besser wo man so über pilz gelaufen ist ich will Checkpoint 1 erreichen dann bin ich schon fast glücklich hier gibt es ja keine Checkpoints der Checkpoint 1 erreicht ok das war ein bisschen zu weit also auch zu weit kommt hat er wussten die map zu ende bitte naja und dann top 3 hat es leider nicht ganz gereicht dann immer schauen wer und 431 wer alles da ist kennt ihr da jemanden sabbel krabbel so auch so ein geiler name die leute die sich über eine 6 freuen ja ok kann man aber echt das hannes studio niedern karton hat er karton hat er heißt der karton oder hat ist der ein legistiniker und hat karton gesteben ja ich bin wer sind hier auf immer noch so ungefähr auf dem gleichen platz mein feld das ist so das schlimmste spiel das es so gibt in dem mario party weil ich einfach so bad drin bin das ist aber wirklich nicht feierlich bin halt so schlecht mein rekord liegt glaube ich bei dritter oder so ja genau ich bin so ein king in dem spiel also da geht es lang ja schau ich bin jetzt hier und der sich im ziel ich frage mich nur wort dafür ich meine ich habe gesagt dass ich es nicht kann aber dass du wirklich solche checker dabei sind das macht mich stutzig und die sagen alle hacker die seine 4 3 3 4 was heißt 234 das war als ich habe seine magische bedeutung googles mal und zu keinen zuschauer sich traurig welche da bin nein spaß wo bin ich denn da sind wir auf auf feld elf und der erste ist auf feld 20 ok nur neun felder das ist jetzt nicht die mario party welt hallo 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 ok pferder rennen ich kann jetzt jedem sagen dass ich es nicht mag aber das geht sogar erstmal schon erfüllen muss was liegt da rum ich lehrt hast du spammen eine neue strecke eigentlich oh my god lasse wieder ich setze mir immer das ziel dass ich nicht runterfalle aber ich weiß nicht ob das einfach wenn ich aber das ziel setzen sollte er einfach zu gewinnen ich bin halt nicht so der wahre king nein 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 pferd sitzt kacke pferdeschuld hä? ich glaube die falsche richtung dein ernst wasch da los abkürzen ja auch nicht funktioniert immer fertig bin ich so werde ich immer falsch gespawnt das finde ich unsympathisch das neue format von umgespielt unsympathisch okay das war jetzt auch nicht ganz ein sieg tut mir leid du bist mario also diese drei jahr als ob sie hageln würde 3 3 4 3 egal wir keepen kalben und freuen uns dass wir nicht der letzte sind hoffe ich mal wissen noch nicht letzter oder nein 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 sammeln gerade hinter uns okay wir sind 1 2 3 4 5 6 die plätze war okay und sechs letzte haben nicht aufgepasst doch das müsste sieplätze wie viele sind wir denn gerade ich habe gar nicht geschaut aber spielen wir jetzt äh ich hab nicht geschaut ach wir spielen das ding natürlich trotzdem lieber f okay wir laufen in die wand weil es so ist toll was alter ich sage es aber mal nichts alter ich bin ein schritt gegangen mit runter gefallen das war nicht nicht sympathisch ach was soll's wir können trotzdem sechs würfeln ja 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 der dritte platz ist schon da was ach so ich dachte ist das ganze spiele schon aus ja ich hab sechs nein ihr wisst schon dass ich mal das hat jetzt geil angehört bestimmt oh mein gott ja wir sind das ist ja auch super ich sehe nur nichts leute geht mal aus hatte 60 ernst hat er denn ernst jetzt nein ich hatte schon gedacht dass ihr mich töten wird die wollen sie ja schon eigentlich ihre wir wollen das nicht dass sie uns töten oder so jetzt muss ich hier wieder nein das wollte ich jetzt auch nicht so oh mein gar nicht aufpassen was ich rede weil ich passe nicht auf was ich rede und deswegen kommt etwas raus was ich nicht sagen will und ach du scheiße ist ich laber so dreck wie dort mein kraft ich habe die schaufelig gefunden sehr klar wird es darf sabbelkrabbe du bist so fällig ja okay das war jetzt auch nicht so das gelbe der banane noch ein bisschen öfter spielen aber ich muss mit kumpels spielen weil sie noch lustiger ist sabbelkrabbe muss disqualifiziert werden weil ich runtergeholt eine das ist das mit bummerang blume gibt es überhaupt toxin heiße server für die dies nicht wussten und so so der magu uns erstmal würfel was nein mein würfel ist kaputt kaputt tollen würfel haben wahrscheinlich so ein einsam wird für so ein mob würfel egal auch wenn man bei sechs drück kommt nur eins raus der stammt es wird gesperrt red light green light ok ich hoffe so was passiert ja wir sind flerde flerde vor allem ach sie ist echt pferde alter was alter was da los ich blick's gerade nicht war jetzt irgendwie cheater ich weiß jetzt auch nicht genau was da war ach man sind wir so voll naja net so gott hacker ja das gute könnte schon sein weil in zwei zügen es zu gewinnen ist ein bisschen hart das sind vier was jetzt war es schon das war aber eine shorty runde jetzt sagen wir mal noch eine zombies tanzende zombies die ich nicht sehe ich kann jetzt hier durch die welt gehen das ist cool das war cool ja das war ein video ich hoffe euch hat es mir trotzdem gefallen auch wenn ich scheiße bin die jetzt sind ähm ja ich meine es ist noch ein party und ja ich bin euer ziger freak ciao ja